Warhammer 40.000 Space Marine. Wir haben den Februar, zumindest auf der Gamer-Insel, wo euch da draußen wird es wahrscheinlich genauso sein, und fahren fort mit der Kampagne. Jetzt bestand die auf schwierig, weiterhin. Das Wüstern der Toten. Wir waren mit Commander Titus, äh, Captain Titus, am Start und haben einen fetten Hammer und hatten vor kurzem ein Sprungmodul und sollten jetzt eigentlich... Okay, okay, okay. Lasst mich ran da. Ich hab den Hammer noch am Start. Lasst mich in den Nachkampf. Ich bin da in die... What? Alter Schwede. Okay. Renn ja gut an. Hahaha. Scheiße. Ja, Peace Writer. Sergeant Sidonus hat mir vom Inquisitor und seiner Untergangswaffe berichtet. Gut, gut. Er sagte, sie brauchen einen Lufttransport zur Kalkis-Einrichtung. Wer nicht trägt? Mit ihren Valkyren erreicht man sie am schnellsten. Wir haben keine Zeit zu verlegen. Ihre Männer sind bereits an Bord der Valkyre und die Schwadrone ist bereit abzuheben. Wir bringen sie schnellstens nach Kalkis. Zeit, dass die imperiale Armee den Kampf gegen die Orks aufnimmt. Gut, denn ist das hier wohl nicht meine Aufgabe mit den Orks. Dementsprechend widme ich nicht für Valkyre. Ja, und dann sind wir schon wieder am nächsten Aderscreen. Teil 3, die Wache. Ist der dritte Kapitel. Pion, jetzt recht Leitnant Mira an Bord von Valkyre 1. Gut aufpassen. Orks im Anflug. Okay. Captain Titus, ich brauche einen Schützen an dem schweren Bolter. Ja, sauber. Mach ich doch gerne. Hab ich's mit sinnvoll zu tun mit dem Flug. What? Okay, bro. Boah, alter. Okay, ich muss hier auf der Hitzeentwicklung aufpassen. Die Flugzeuge sind zu schnell für mich. Wo bist du? Nach vorne, okay. Sekunde. Ich muss kurz nochmal hier mich selbst supporten. So. Ja, pass auf. Ich muss ja aufpassen hier nicht, dass ich abknalle. Scheiße! Ich war zuerst den Idioten da hinten ab, ich balle. Sorry, Bro. Okay, alter Schwede. Die hören ja gar nicht mal auf, Junge. Alter, meine Schilder sind schon down. Ah, und die Munition. Geht nicht zur Neige, aber IQ überhitze sowieso. Ja, sauber. Schilder sind da und meine eigenen. Ey, Alter, holt mich hier rinnen hier von dem Schiff. Ich will mich ja nicht drücken, aber jetzt muss ich ein Schildere gerieren. Alter, was ist los bei dir? Ja, toll. Haben wir ja richtig gut gerieren hier dem. Ja, ich supporte doch, aber ich kriege selber voll auf die Fresse, Mann. Kommst du klar? Oh, oh. Alter Schwede. What? Gehen wir den noch wenigstens kaputt? Ja, sauber. Schöne sind da. Ja, ich kann mich leider nicht bewegen. Happy Birthday dazu. Ey, ich bin so scheiße im Kopf. Ja, warum kannst du denn jetzt abwärtig voll aufziehen, Mann? Alter, Alter. Scheiße. Ich will ja nicht rumzimpern, aber... Da steht jeder Junge. Kommt ich hier von links? Rechts auf's die Fresse? Oh, 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 oh. Sorry, Bro, aber ich muss erst mal Schildere generieren, bevor ich hier irgendeinen Scheiß abziehe. Geht ja verkackt doch mal, Alter! Alter! Nö, ne? Ja, mehr! Du bist doch aufmeter, oder? Du bist doch aufmeter, oder? ja toll was ist jetzt los? alter was bist du in 5 Tagen? Ok jetzt sind wir hier die Strande Leute kommen Leutnant, bei Kyre 2 abgestürzt. Brauche sofortigen Transport wir sind im Anflug Captain So, hier haben wir unser Kettenschwert leider wieder am Start Alter was ist hier los? Krieg er voll zur Fresse Junge So ist das wenn man hier mal 10 Tage hier wo einmal spielt verliert man total den Durchblick dafür Sehr schön Gut, weiter gehts. Ich seh da oben Einen zum Glück haben wir Suckerball da dabei Dann werden wir das Problem mal gleich aus der Welt schaffen Oh, jo jo jo, krieg schon mit. Mein Besuch Oh, ja Ach so Ach so Ja, das muss ich noch ein bisschen üben, ne Da zuhauen Na, der Final Schlag jetzt für so ein Vieh Oh, nicht gerade Mütigste So Ich komm hier anscheinend noch ein bisschen Rad auf die Fresse Ups Nachher Oh, das war wahrscheinlich ganz gut sogar Uiuiui Uiuiui Uiuiuiui Aber Und damit ist der ein Life Pool Herzlichen Dank So und jetzt du Freak Jetzt hinüber Du auch Junge Oh Scheiße, krieg schon wer von hinten auf die Fresse Wuhuhu Alter Das ist jetzt nicht im Ernst, oder? Komm her Ja, das war jetzt mal unnötig Oh mein Ach, da ist der Kunde Du Bastard, Junge Ich bin so voll in der Nase erkannt, Alter So, und das ist noch einer Alter Schwede So, und jetzt mal nach vorne hier Haben wir vier Stück Aussicht halt Zwo in der Mitte, in links und in rechts Guck dir in der Axt am besten erstmal irgendwo her Und dann sind wir weiter Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo Yo Sehr schön Etwas blutig, aber passiert nun mal Wir haben hier mit voller AP rum vor den Schilden und Einen Org weniger Okay, wir brauchen hier keine Schmutzung zu machen, dann ist da was Fertig Valkyrie im Anflug Status des Inquisitors Der Rest der Schwadronen hat sein Fahrzeug an den Rand der Kalkins Einrichtung geleitet Sehr gut Super Hier kommen wir weiter, ich bin ja begeistert Ich muss zur Basis zurückkehren Diese verdammten Org-Flieger kosten mich zu viele gute Minder und zu viele Schiffe Es wird schwer den Außenposten zu verteidigen Danke Und viel Glück, Leutnant Ja, nice Kollegas Wo ist es? Das Gerät ist in Sicherheit, Draugan Worauf warten Sie dann noch? Keine weiteren Verzögerungen Inquisitor, alles in Ordnung? Ja Kommen Sie, keine Zeit zu verlieren Spann dich, Junge, spann dich Jo, okay Lernos Zarsidonos Weiter geht's Ich hab mal Den Vergelter wollte er nicht mitgenommen Wie man sieht auch Zum Guten Das dazu gewesen ist Denn hier ist sie noch zum Snipern am Start Ja komm, lass die Schäge regenerieren Oh, wer ist noch einer? Alter, trifft mir doch eh nicht von da mit dem Ja, okay, war doch relativ genau Ja, komm hier, Piss clean Orgs hier Jo Jo Leider ist von da auch noch Feuer Am Start Okay, dazu Ja, ich muss gleich mal nachladen Sorry, dass ich hier so dumm stehe Nachlade auch noch an dem Ort Und Ja, okay, die paar P.P.E. jucken wir jetzt nicht Aber das sah für mich eben eigentlich ein bisschen mehr Feuer aus als hier Ein bisschen Jo Oh Heavy Börse zur Granate Alter Schwede Ja, dann Schnappen wir uns eben auch nix zu clean, wenn das hier ist Aber das war auch irgendwie sinnfrei Kling hier schon wieder über der Fresse Sodass die Schülp drauf sind So, was war da eben hier für ein Eins Ne, ne, in Ordnung Das geht schon so Heavy Börse direkt hier vor der Fresse nochmal Äh Ne, in Ordnung Schiff Okay Achso, ne, scheiße Hier Wir können hier überhaupt raus OMG Na gut Muni am Start Packen wir ein Und Dann bewegen wir uns hier mal weiter Entschuldigung, ich kann auch noch mal nachladen Oh, scheiße Oh So nahen Raketenfritzen, Alter Der Krieg Anfall Okay Eliminiert Wir haben hier Granaten Bunoene verbraucht das Scheiße, ich glaub ich hab den Bock zurück zu sein Ich bin so ein scheiß fauler Typ Ist der Hammer Gut Gut, ein Orkschiff ist wieder Uiuiui Zerschlag sie schnell Ja, ja Alter, was ist denn los mit dir Junge? Komm mal runter Mach den Scheiß doch selber hier Oh ja, schon wieder gesessen Halte, Schülle down Ja, dreiviertel Äh, ne, dreiviertel Doch nicht ganz dreiviertel So Ffff Fuck Da hat er gesessen So, lieber ein bisschen mehr Muni raushauen Anstand jetzt hier zu schießen Und dann kommt hier wieder ein Schuss Und der sitzt dann da runter, Alter Geht Das scheint die Wesen zu sein Happy Birthday Yo Und da kommt direkt noch Alter Scheiße Oh, 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 oh What? Alter Zurück zu Männer Alter Scheiße Komm, lass uns mal die hier zurückhalten Hier in der Schneise Das achte ich ja Bis wir den Granaten nehmen Wir kommen ja eh nicht mit Oh mein Ja, pass mal auf Wisst ihr, das machen wir mit dem Melter hier Kommt mal, kommt mal hier zu mir Kommt mal zu mir Yeah, yeah, yeah Boss Komm, wir kommen auch mit dem Melter Bespaßen Ich hab zwar keine Axt, aber das reicht auch für dich Ist doch die gepanzert, oder? Ja, okay, ist schon tot So Wenn wir uns einfach mal ziemlich clever entmacht Aber ich muss noch ein paar von den anderen Fratzen am Start Okay Okay Ja, die sessen Noch mal rechts Oh, sieht gut aus Gut, wir haben uns schon mal zum Nachladen Rote Zahl Ja In Harmonie Seht auch nicht so oft So Na, gut Da gibt's Munition Egal, was da ist Können wir wahrscheinlich brauchen Und haben wir zum Nachladen Wo? Bro Das mach ich doch gerne Visitor Sazidonos Lernos Go, go, go What? Boah, meine Fresse, alter Hör auf mit so ner Scheiße Wie können wir denn nicht vor der Fresse so n Ding hinsetzen? Alte Schwede Gut Können wir sagen, spielen wir bis zum nächsten Speicherpunkt Lol Inquisitor Kommen wir um diesen Pulch Orcs herum? Ja Vielleicht Meine Forschung produziert nur minimale Abfallmenge Daher sollten die Abwasserkanäle zugänglich sein Zeigen sie uns den Weg Alles klar, gut Dann würd ich nur sagen Wir können mich mal alle verabschieden Tschüss meine Freunde, bis zum nächsten Mal Hier auf mir einen wunderschönen guten Tag Und dann, ja Verpieseln wir uns Wir wünschen euch noch wat